Wiedereinstieg. Okay. Da haben wir schon mal was da oben. Haben wir da. Brandgranate, immer gut. Oh, ne Kiste. Dann kann man sehen, wie die Leiters ist. Ja, testen wir mal. Ich hatte den noch nie nahen und nicht beim Singleplayer. Der Feind hat schon die Probe gesichert einmal. Ne, das ist scheiße, das ist komplett scheiße. Da muss man wirklich neben dem schon stehen. Ja, Friede, der hat es natürlich auch super genial. Kostet irgendwas mit 12.000 oder so. So, die Mutation hier aufheben. Oh, Leute, als wir mal auf die Zombies schießen müssen, ist das echt wohl. Ich hab mir noch nicht mal Erfahrung für. Ach, shit, Zombies. Die werden die natürlich meine Falle. Geil. Oh, das ist mies. Ah, hier muss das Team funktionieren. Wenn das Team hier nicht funktioniert, äh... Oder wenn man sich hier nicht absprechen kann, ist das scheiße. Mann, die rennen mir hinterher. Der Tyrann ist hier vorne. Ich wüsste, wenn man den erledigt, kriegt man sicher ultra viele Punkte. Das ist irgendwie so dunkel, ja, alles wieder. Ja, das Spiel soll düster wirken, aber nicht ultradunkel sein. Irgendwie bin ich am bluten. Naja, pff. Da war einer hinter mir. Da haben wir ja wohl von den Zombies gefressen. Hättet ihr das nicht eher machen können, ihr blöden Zombies? Okay. Oh, ja, sprang gegen die Wand. Ich schaue nachher, sprang gegen die Wand. So was wollen wir sehen. Die Spezialeinheit hat eine... Da wollen wir wieder den Soundpack. Ey, das war ein Kopfschuss. Mehrere Male. Hat natürlich nie gezählt. Ne, ich kann mit meiner Waffe ja nicht so viel ausrichten. Wenn die da ihre... ...Ravenger oder den Hammer auspacken. Nein, es endet einfach nur. Immer schöner Munition aufstocken, die Blanken. Blö. Die Blankgranate in Limbao-Mild. Wollte jetzt sagen, Blankgranate. Oh, wir haben sie auch noch geworfen. Ne, wir waren die Splitter. Meine Güte. Was ein Chaos. Ich würde vielleicht nochmal eine andere Route nehmen. Mann, ohne Brandgranate waren voll. Können wir drei tragen? Ja. Ja. Ja, genau. Oh. Der cheatet doch eindeutig. Ich hab den als erster getroffen, konnte den nicht hinrichten. Oh, ich hab A gedrückt, wie den wilden. Irgendwie gehe ich immer den gleichen Weg und der steht immer wieder da. Der freut sich schon auf mich. Was haben wir denn hier? Scheiße haben wir hier. Das ist alles mies. Ich komme mir gerade nicht vorwärts. Ja, das Team ist auch ziemlich am Zusammenarbeiten. Und ich laufe hier rum wie so ein Belserker und finde auch nicht mal meine Teammitglieder. Oh Gott, da steht der Tyrann neben mir. Ey, kann man noch mehr Pech haben? Oh, mindestens getötet. Dankeschön. Ja, das können wir so ziemlich vergessen. Denn wie in Call of Duty denken die meisten... Ah, killen, 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 killen. Scheiß auf Objekte, scheiß auf Objekte. Killen, killen, killen. Ich mag das voll nicht, wenn die Leute da Domination spielen und alle Leute nur am killen sind und nicht auf die Objekte sich konzentrieren. Total nervig. Sollen sie da Team Deathmatch spielen oder was denn alles? Oh mein Gott, der war gezahnt vorher und ich hab ihn erledigt. Ja, das ist doch scheiße. Der Zombie schlägt mich nieder und die kann mich einfach so killen. Kann man nur so lachen. Na gut, ich hab auch geblutet, deshalb hat das die Zombies zu mir geführt. Der Spezialeinander hat gewonnen. Wir konnten nur nicht mal eine Probe sichern. Einen Modus mag ich nicht, da muss das Team einfach funktionieren. Wie gesagt, ein paar Freunde zusammensetzen und so. Ziemlich geil. Müsste eigentlich funktionieren. Kurzweiliger Spaß ist sicherlich drin. Damit hätten wir eigentlich schon alle Modis durch. Mehr gibt's da wirklich nicht. Ich kann nochmal kurz gucken. Ich hab gehört, dass es einen Nemesis-Modus gibt. Habe ich gehört. Aber der ist irgendwie nicht im Spiel. Ich weiß es gerade nicht. Inhalte zum Herunterladen. Ich glaube, dass man sich den kaufen muss. Schauen wir mal kurz rein. Nein, Nemesis-Modus... Ah, ist der Trailer, natürlich. Da haben wir. Nemesis-Multiplayer-Mode. 320 Microsoft-Points, die sind so krank. Dass man sich einfach in ein Spiel packen kann. Müssten sie Multiplayer-Teams einen bestimmten Punkt auf der Karte in der Gegner-Team verteidigen. Okay. Eine Operate-Versteckung im Nemesis-Einheit kann in diesem Muss mittels einer speziellen Kontrollstation aktiviert und kontrolliert werden. Nach der Aktivierung greift Nemesis automatisch das gegnerische Team an und kann euch den Ausgangsschlacht entscheiden. Naja. Und ich wirklich so durfte... Schauen wir doch mal kurz in die Stats vielleicht. Wo haben wir die denn? Statistiken. Die Zusammenspielzeit 5 Stunden. Kampagne hat wirklich nur 4 Stunden, 26 Minuten gedauert. Und die hätte sogar noch... Die wäre sogar noch kürzer gewesen. Wenn wir nicht irgendwo an ein paar Stellen hängen geblieben wären. Endgegner besiegt 0. Nett, nett. Okay. Dann checken wir nochmal eben den... Team-Attack-Modus, denn der war irgendwie der Lustigste von allen. Hm. Eine Runde kriegen wir noch hin. Team-Attack auf Daten-Upload. Welcome to the Goon City. Home of Umbrella. Yeah. Zufällig. Nein, nichts ist zufällig. Ich will den hier. Den kann ich sogar nehmen. Warum auch immer. Wahrscheinlich hat den noch keiner, deswegen. Den habe ich ja mit der Juggernaut gespielt. Ja, ich sollte mal in die Aktivzahlung gehen. Geh mal neben. Oder Sturmgewehr. Bleiben wir mit dem Sturmgewehr. Dann schauen wir nochmal. Oh, der guckt aber schön an die Decke. Oh, ho, 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 ho. Hat er den niedergemacht? Irgendwie hängt er da gewusst wie rum. Scheint ordentlich verbuggt zu sein. Ja. Und er hat einen Disconnect. Oh, der ist noch zehnmal schneller als mein Dingens. Vielleicht steckt da bei Multiplayer-Modus nicht so viel weg und wir sind gerade übelst am Verlieren. Ja. Ich einmal getroffen. Hatte die Juggernaut, okay. Die zum Bluten zu bringen ist, glaube ich, keine so schlechte Idee. Wie gesagt, Victor, ich glaube nicht, dass er so viel wegsteckt. Das heißt, alle Waffen, die man aus dem Singleplayer-Modus freigespielt hat, kann man in Multiplayer benutzen. Irgendwer hier unten. Der Turan ist hier, hey. Leute mit einem Pumpgun, die machen einen komplett kaputt. Da hat man keine Chance. Man ballert sich mit dem Sturmgewehr wirklich einen kaputt. Das geht ja gar nicht. Boah, der ist ja wohl mal erledigt. Ja. So sieht's aus. Gott, von der Seite auch noch. Ich bin weg. Vorsicht. Wie gefällt dir das? Komm doch mal hin. Der versucht, von dir die Mine auszuschalten. Du kommst hier nicht durch. Er hat's geschafft. Nein, hat er nicht. Dann komm doch mal her. Hier bin ich. Hier. Hier komm. Ja. Lass sie kassiert, ne? Wie schlecht. Yeah. Ihr könnt euch rausholen, aber ich glaube, wir lassen euch einfach dort. Spezialein hat gewonnen. Das heißt, wir haben verloren. Spielertode habe ich Rang S bekommen. Naja, das war ein laufendes Spiel. Ein Kind, rette sich, wer kann. Spaß. Mach nur Spaß. Nee, ich will jetzt mal das hier spielen. Die Leute drücken wahrscheinlich einfach nur Start, egal was da steht. Hm, hm, voll interessant. Ja. Hm. Ja. Ja, 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 ja. Mann, wer redet denn hier? Kann ich dir mal stumm schalten? Dankeschön. Erzählt uns hier was? Wollen wir auch alle wissen. Okay, Team Attack auf Apokalypse. Okay, Charakter kann ich wählen. Voll am Penn. Den kann ich nicht nehmen. Den kann ich nicht nehmen. What da? Ich kann alle nicht nehmen, sondern... Wo? Okay. Ah, er hat ihn schon genommen. Stromtrupp. Ah, ich verstehe. Die sind schon alle genommen worden. So, Sanitäterin. Hm, ich komme sowieso nicht zu meinen Teamkameraden so oft. Höhle Wahrnehmung, Gegenstände ausspülen, Gefahrenscanner. Gefahrenscanner. Oh, 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 oh. Oh, mein Juggernaut-Dingen. Perfekt. Ich glaube, mit dem Gefahrenscanner weiß ich immer, wo einer ist. Beziehungsweise ich weiß, dass ein Feind in der Nähe ist. Ich kann ja schlecht durch die Wände gucken. Aber sowas kann der Specter auch. Haha. Haha. So sieht's aus. Und das wissen, was sie besitzen. Das ist tödlich für uns alle. Oh ja, hier sind schon die BOWs. Das ist ein bisschen nervig, die Zombies. Okay, BOWs, nervtöten. Also wie die Tyrannen. Nocane nieder, Feind steht neben dir. Schnitzelt sich erstmal komplett kaputt. Das ist immer lame. Dann haben wir wieder einen kleinen Zaunpack. Ich bin legend. Wow, the fuck? What the fuck? Wo kommt... Äh. Okay, ich hab keinen blassen Schimmer von wo der oder die kam. Wahrscheinlich von unten die Treppe hoch.